Hallöchen, die neuen Sachen sind online und zwar hier seht ihr gleich mal, dass die Valentinskollektion noch da ist, also die ist ja auch noch limitiert, solange der Vorrat reicht. Dann habt ihr hier Marvel, wo es ab heute gibt, Bring Back My Bar Düfte, die Bestseller Düfte, genau und ganz wichtig die Duftlampe und Duft des Monats vom Januar. Ihr könnt die Duftlampe jetzt halt immer noch vorbestellen, dann mache ich euch jetzt ein Video demnächst nochmal dazu und zeige euch die Lampe. Dann könnt ihr die vorbestellen und habt immer noch die Chance, die trotzdem noch zu kriegen. Ich glaube ein halbes Jahr dauert das Produktionszeit und dann würdet ihr auf alle Fälle nochmal diese schöne Lampe kriegen. Genau, dann gucken wir mal rein. Marvel, genau. Und zwar hier ist der Buddy, da könnt ihr euch den nochmal anschauen. Da ist dann eben dieser Marvel Sandpack mit dabei. Und so schaut der aus, ganz kuschelig, flauschig hinten das Geheimfach wieder. Und genau, für alle Spider-Man Fans, das haben sich ganz, ganz viele gewünscht, weil den hat es ja schon mal gegeben und da haben sie extra den Tresor aufgemacht, dass der nochmal einfach für kurze Zeit zurückkommt. Genau, da seht ihr eben die ganzen anderen Tres, Hammer, ich seht die ganzen Produkte, was es hier alles noch gibt. Die anderen Sachen sind eben schon ausverkauft. Die Lampe kam nämlich auch für kurze Zeit zurück, war dann ausverkauft. Also da seid am besten schnell und dann könnt ihr da noch gucken, hier die Bring Back My Bar Düfte, da könnt ihr die einzelnen Düfte durchlesen. Also was ich sehr toll finde, meine Favoriten sind echt Black Cherry Bourbon, Cherry Vanilla, Coco Lime, Custard Apple, Mediterranean Spa und den Seed & Tie. Ja, genau, das sind so meine Favoriten, die wohl auch im Sensi Club landen oder schon gelandet sind, beziehungsweise sind schon drinnen. Genau, und bei der Valentinskollektion können wir auch nochmal kurz reinschauen. Genau, weil da gibt es diese zwei besonderen Lampen, also entweder hier mit dem Unterteil oder mit der Wandsteckerlampen, ihr könnt das, weil hier sind schon die neuen Preise für Februar, ihr könnt dem Kombinier- und Sparangebot zum normalen Preis noch holen, wo die Wandsteckerlampen günstiger sind, das kann ich euch auch gleich zeigen. Hier ist noch Susi und Streuch, da habt ihr den Bar, die Susi als Buddy und den Streuch als Buddy und die zwei Magnete, Magnete, also die haben zwei Magnete in der Nase, dass die zusammenkommen, so wie bei diesem, wirklich wie bei diesem, wo die die Spaghetti essen, also richtig, richtig süß. Da können wir euch die auch nochmal zeigen. So süß, oh man, guckt mal, mit den Eurchen und so weich. Also ganz, ganz detailreich, also richtig, richtig super Qualität habt ihr da, da ist kein Kopf, wo oben umknickt, also die sind richtig super auch gefüttert. Und hier habt ihr noch Wellness an, also wenn ihr die Handcreme wollt, Badesalz, die Duftblume, wo ihr jetzt doch mitgekommen ist, Körpercreme, und ich finde ja die ganz, ganz toll. Und eben hier die weiße auch, da gibt es dann auch noch extra Bilder, dass ihr mal sehen könnt, wie die im Dunkeln leuchtet, was die für einen schönen Schatten hinmacht, und dann wie detailreich die eben ausschaut, wenn die an ist und aus ist. Und die ist halt neutral, schlicht weiß, die passt halt in jedes Zimmer rein, also finde ich ganz, ganz toll. Und diese tollen Dreier-Kombi-Angebot mit drei super fruchtigen Düften, mit Mandarine, Himbeerblüte und Zucker, dann eine mit Apfel, Erdbeere und Wicke und spritzige Gurke, grüner Apfel, vermischen sich mit einem Wohltunhauch von Aloe Vera. Also ganz, ganz interessante, tolle Düfte gibt es da nur im Dreier-Set, und im Sensi-Club könnt ihr die aber auch einzeln hernehmen. Genau. Was wollt ihr euch zeigen? Ah ja, das Kombinier- und Sparangebot, also ihr könnt hier unter Sonderangebot, die letzte Chance findet ihr noch hier, dass ihr sagt, okay, die Produkte verlassen uns alles, also Washerwilfs in dieser Duftrichtung, die Duftblumen, also genau diese ganzen Produkte in diesen Duftrichtungen, es verlässt alles, komplettes Sortiment, die Lampe, und die spart halt nochmal die 10% Cashmere Corduroy, ist für viele Interessante, die auch Cosicardygen gern mögen, Christmas Cottage, das war ja auch ganz sehr beliebt bei euch, wenn man sagt, ihr werdet ein Duftöl ausprobieren, Citrus, Verbena wäre hier noch, da auch die Duftblume, Cosicardygen, da ist ja der Bar, wie gesagt, schon aus, aber ihr habt noch die Pot, Sand Circle, Sand Pack, den Carbar-Clip und eben die Duftblumen, dann die schöne Wandsteckerlampe, verlässt uns ja auch, die Dream It, Live It, Love It, gibt es auch mit Unterteil, hier den IA, nur den Schirm für den Diffuser, der ist auch ganz ganz toll, ah, da gibt es gar keine Bilder dazu, die ist so ähnlich wie die Enchant Lampe, bloß als Diffuser, dann Enchanted Woods, den Duft liebe ich auch, und die Süßegener geht auch, die finden ihr auch voll süß, die verlässt auch nur noch so lange davor, es reicht, und da könnt ihr wirklich, ein Duftsäckchen ist inklusive, könnt ihr euch eins aussuchen von den ganzen Duftsäckchen, welches ihr dazu haben wollt, ist immer inklusive und dann nur für 37,80, Sand Pack im Wert von 10 Euro ist inklusive, das kuschelt ja nicht nur 27,80, anstatt 42 Euro, das ist echt ein super Preis, und die ist auch richtig, richtig zuckersüß, für alle kleinen Mädels, oder die, wo erst ein Baby gekriegt haben, oder Kinder, oder wo jemand zum Kuscheln wollen, und da habt ihr halt was ganz Besonderes, wenn wir da, ihr könnt das Duftsäckchen da reintun, müsst es aber nicht, viele tun es auch einfach in den Klamottenschrank wo rein, ins Schubladen, ins Auto reinhängen, also da können sie ja ganz kreativ sein, viele nehmen es auch als Sorgenfresser eben her, dass sie da was verstecken, oder als Geheimfach, da seid ihr ja ganz flexibel. Dann haben wir hier Gogo Mango Seife, die ist auch ganz toller Duft, die Hello, ähm, wie spricht man es aus, Gurgius, 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 keine Ahnung, also die Flamingo Lampe, dann Hibiskus, Pineapple, verlässt uns, Badesalz, Duschke, Handcreme, Seife, Zuckerpeeling, dann haben wir ja immer jede Saison eine Duftlampe, die für den wohltätigen Zweck ist, wo immer was gespendet wird, das ist dann hier diese, da können Sie mal die Bilder auch mal angucken, so ist die aus, an, die schaut auch so aus, so ein bisschen Urlaubsfeeling, weiß nicht, war das in Griechenland oder Portugal, wo sie viel solche Muster auch eben haben, genau, und hier seht sie das auch, mit ihrem Kauf tragen sie zu folgendem bei, für Bereitstellung von Unterkunft, Gesundheit und lebensnotwendigen Gütern, Unterstützung für ihre Gemeinschaft, für gute Zwecke, und da steht dann auch Make-A-Wish Foundation, World Vision, und was ganz neu war, eben ab dieser Saison, also von der Herbstkollektion, wo die rauskamen, also das ist bei dieser Lampe, ganz neu, was ich ganz, ganz toll finde, seitdem, mit alles, was in Deutschland verkauft wird, bleibt auch in Deutschland und kommt in Deutschland für wohltätige Zwecke zur Verfügung und zur Geltung, weil früher war das halt dann immer mal in Afrika oder halt irgendwo was Bestimmtes, wo alles hinkam, und jetzt wird immer in dem Land, wo das verkauft wird, da bleibt das immer und wird da an einen wohltätigen Zweck gespendet, das finde ich ganz, ganz toll, dass die das machen, die heißt Hope Blooms. Dann haben wir Hack in der Mack, diesen leckeren Schoko-Karamell-Kaffee-Duft, oh, sogar der Winnie-Pooh-Duft-Säckchen verlässt uns, Eis-Citro-Send-Circle, die tolle Illuminate, alle die, wo auf Glitzer und Glamour stehen, die ist dann an, ist so ein bisschen gold-silber-mäßig, und wenn sie aus ist, ist sie komplett silber, also die hat einen schönen Schimmereffekt, die gibt es nur noch so lange davor, es reicht, jetzt die 10% Rabatt, wo ihr da noch habt, ein Snow-Over-It, also wenn ihr was Eisiges wollt, die hat ja in Jasmin, ist so ein frisch geduschter Mann-Duft, dann haben wir auch hier, die verlässt uns auch, die Jaya, genau, Sensi-Friend Jaya, spricht man die aus? Genau, da ist auch die kleine Genna-Giraffe mit dabei, in diesem kleinen Ding für alle, die wo diese Puppen eben sammeln, weil wir haben ja viele, die wo das eben immer sammeln, und die gibt es eben auch die 10% Rabatt aktuell. Genau. Dann haben wir Chevelle Pomegranate, auch ein ganz toller Duft, wo sehr beliebt bei euch war, in allen Variationen, Just-for-You, ist so ein Waldduft, da habt ihr dann diese Lace, die ist auch, also wer was Schlichtes, Weißes eher will, und Neutrales, die hat so ein, so ganz weiß, die schaut, also die hat ein ganz tolles Muster, das ist aus Keramik, die habe ich nämlich auch schon da gehabt, das war meine Ausleihlampe, aber die wollte meine Kundin eben rauskaufen, weil sie die so toll fand, und genau, wollt ihr unbedingt haben gleich und gar nicht mehr hergeben. Diese Lace, die ist ganz schlicht Weiß, und so hat sie dann eher so ein warmes, cremefarbenes Licht, und die ist auch eher dezent, nicht ganz so hell. Genau, dann haben wir Waschmittelkonzentrat, für alle, die wo Lavendel lieben, Lavender Cotton, ist so ein frischer Wäscheduft mit Lavendel dabei, vielleicht auch gerade für Bettwäsche oder für Kinder, oder wenn irgendwas so zart, lavendelig, beruhigend riechen soll, da könnt ihr halt dann mal sagen, okay, das Waschmittelkonzentrat, den Textilerfrischer zum Auffrischen für alles, oder den Wäscheduft, genau, da sind schon, ich sehe jetzt schon die ersten Sachen wieder ausverkauft, dann die tolle LORF Lampe, die ist ohne Licht, für alle, die wo so Landhaus die mögen, und da kann man echt nichts sagen für 37,80, ihr habt eine ganze Duftlampe, nicht eine Mini-Duftlampe, sondern eine normale Duftlampe in Originalgröße, die wird mit einer Heizplatte hier unten beheizt, genau, Handseife Luna, dann die Marrakesch Lampe, die kann ich euch gerne mal noch zeigen, die Duftlampe des Monats Januar und die Marrakesch, ich glaube, da mache ich euch mal nochmal ein Video, ich habe schon mal eins gehabt, aber die habe ich mir nochmal hergeholt, weil die verlässt uns auch, und da war die Nachfrage immer so groß, die war eine Weile ausverkauft, und ja, jetzt verlässt sie uns leider, und die schaut echt schön aus mit diesen ganzen Plättchen, also so ist sie aus, die hat so blau, türkis, und wenn sie beleuchtet ist, ist sie so ein bisschen heller noch, und die macht auch ein schönes Licht, sie ist eher hell, also nicht ganz so dunkel, nicht ganz so grä, aber eher in die hellere Richtung, hätte ich schon gesagt, aber die finde ich auch ganz schön, vor allem, wenn man halt so blaue Deko auch hat, oder vielleicht ins Bad, wenn man da was viel mehr blau hat, oder Wohnzimmer, Eingangsbereich, eine ganz tolle Lampe, die ist auch 16 cm hoch, also wenn euch das mal interessiert, die Abmessungen und sowas, da könnt ihr immer gucken, da steht auch immer alles dran, wie das gemacht ist, ihr habt da ja immer Handarbeit, lebenslange Garantie auf die Technik, wenn was ist, also ganz qualitativ hochwertige Produkte, genau, da ist noch der Pineapple, Coconut, Vanilla, ein sehr beliebter Duft eben auch gewesen, Kokosnuss, Ananas, Vanille, auch als Körperspray habe ich den eben, auch als Handcreme habe ich, auch als Seife habe ich es auch schon gehabt, Potz und Ding, ich habe eigentlich alles schon gehabt, außer, glaube ich, das Duschgel, genau, also ein ganz toller Duft, jetzt könnt ihr da eben noch sichern, weil solange die weg sind, also sobald die weg sind, sind sie halt weg, das sind alles Auslaufsachen, 10% Rabatt könnt ihr da halt eben noch mitnehmen, auch das Badesalz, jetzt abends, wenn es kalt wird, bei uns hat es gerade nur Minusgrad, oder 1, 2 Plusgrad, Zuckerpeeling, ihr habt so weiche Haut, also für alle, die wo so ganz babyweiche Haut lieben, kann ich euch das Zuckerpeeling nur empfehlen, egal welche Duftrichtung, sucht euch euer Lieblingsduft aus, also ich liebe das, ihr habt das, ihr habt das einmal in Luna, und einmal in Mahalo Coconut, ganz toller Duft, Pink Cotton, wurde jetzt ganz oft gekauft, sogar die Handseife, Polar Beer Hack, genau, also ihr guckt da gerne mal nochmal durch, hier nochmal die Duftlampe, die Radiate Positivity, mit Wandstecker oder Unterteil, die 10% Rabatt eben, die Rosi verlässt uns, genau, da können wir auch mal die Bilder anschauen, weil oft, ich weiß nicht, ob sie Bilder drinnen hat, aber da ist nicht so beleuchtet, da sieht man das gar nicht so aus, die schaut ja so braun-beige eigentlich aus, und wenn die an ist, ist das Licht schon so orangig, eher ein bisschen, die hat ein ganz tolles Licht, wenn man die anschaltet, ein absoluter Lieblingsduft, ist der Scarlet Sunflower, der ist aber eher ein zarterer Duft, aber ein total angenehmer Duft, wo überall passt, also für welche, die wo sagen, die wollen was angenehmes, was nicht zu intensiv ist, und der ist ganz, ganz toll, also absolute Empfehlung für Scarlet Sunflower, wird doch noch ein langes Video für euch, genau, dann haben wir hier Sea Salt and Lotus, also was frisches, als Duft Schimmer, heute Schimmerhandseife vielleicht, ach so, ja klar, weil wir kriegen ja bei den Handseifen jetzt diese neue Form, wo mehr drinnen ist, und besser zum runterdrücken, längeren Hals hat die auch, genau, das wird ja ausgetauscht, Silver Base Duftsäckchen, der ist ein Lieblingsduft von meiner Kundin, von meiner Stammkundin und Freundin eigentlich, Slay All Day, Snowberry, der ist auch ganz toll, beerig, eisig, Spice Cake, ist so Spekulatius, Lebkuchen mäßig, Spiced Berry, Duft Ventilatoren, die werden ja jetzt auch, Preisanpassung, die Herstellungs- und Arbeitskosten sind ja auch mehr, also da könnt ihr jetzt noch zuschlagen, weil die kosten dann auch mehr, und da könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Dann alle, die Hunde haben, wir haben auch Best Shampoo, Tea Tree and Peppermint, steht da vielleicht die Duftbeschreibung dran, vitalisierende Mischung aus Pfefferminze und Teebaumöl bleibt ihr Vierbeiner immer frisch, also das sind auch immer ganz zarte, angenehme Düfte, hier steht auch immer Nutzung und Pflege, wie die mit lauerhem Wasser, wie man das dann alles einmassiert, ich habe welche, also ich habe auch zwei Sachen zu Hause, ich glaube einmal Shampoo und einmal Entwöhrungsspray, genau, so ein Entwöhrungsspray habe ich eben auch, wer gerne mal das austesten will, der kann sich gerne bei mir melden, ich habe da zwei Flaschen mal gekauft, weil ich habe selber keinen Hund und mir würde das gerne interessieren, eure Empfehlung oder Nichtempfehlung oder halt einfach euer Feedback, wie ihr das findet oder wer sagt, er will das, wenn es gerade reduziert ist, einfach mal austesten, der kann sich da natürlich gleich das kaufen und zuschlagen, genau, auch mit dieser Duftrichtung, also da kommt diese Duftrichtung eben weg und genau, der Ticker ist noch da, Tinselberry, Very Merry Cranberry, Twilight Frost, ja, also da könnt ihr echt überall durchgucken, ihr seht, da gibt es ja noch ganz, ganz viel und Winterberry Apple Tea, euer absoluter Lieblingsduft und wer den weiterhin haben will, der kommt nicht mehr, der ist jetzt ausverkauft, auch wenn, da steht momentan ausverkauft, aber der kommt nicht mehr zurück, also wer den noch sichern will, nur noch bis 30. Januar, habt ihr noch Zeit oder geht das überhaupt noch, weil der schon noch so lange davor reicht, ich hoffe, der geht noch, weil der jetzt schon ausverkauft ist, könnt ihr euch den im Sensi Club sichern, also wer Winterberry Apple Tea weiterhin haben will im Club, unbedingt jetzt noch hinzufügen, weil wenn der weg ist, ist der weg oder wer jetzt nur sagt, ah, die Pots für 12,82 kommen, nimmt er die, ihr könnt es dir auch im Dreier oder Sechser Sparangebot nehmen, dann habt ihr eh beim Sechser, habt ihr einen umsonst und die 10% Rabatt kriegt sie obendrauf auch, das gilt genauso für die Bars, Sandpacks, Sandcircle, wenn ihr fürs Auto euch da, ähm, Düfte schnappen wollt oder Sechser Carbars wollt und sagt, ihr wollt für euch selber oder ihr habt zwei Autos, dann nur zum Verschenken mal als Kleinigkeit, dass ihr es habt, könnt ihr da echt günstig im Sechser Pack die holen, und, ähm, da habt ihr, zahlt ihr nur fünf, bekommt sechs Stück und spart die 10% Rabatt obendrauf auch noch, also das ist ganz, 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 ganz tolles Angebot, ich zeige euch jetzt noch wegen der Wandsteckerlampe, ähm, von der Valentinskollektion, ich habe ja gesagt, die kann man auch sogar in diesem Kombinieren-Sparen-Gebot reintun, und regulär, ihr kriegt sie so sonst nur regulär zum Preis, und zwar kombinieren und sparen unter Sonderangebote und dann gehen wir da unter einer Wandsteckerlampe, oder wir können auch beide Wandsteckerlampen nehmen und sechs Düfte, das Sparengebot, und da seht ihr jetzt gleich, hier ist einmal die Magenta und die mit den Herzchen, die ist hier, könnt ihr hinzufügen, und dann könnt ihr sagen, okay, und die gibt es eben genauso im Dreier-Set eben auch, und da habt ihr dann den regulären Preis, was jetzt dann noch diese Saison ist, und ab Februar ist ja die Preis anpassung, dann kosten die ja, ähm, mehr, und so habt ihr noch die Chance, sogar die, obwohl ihr jetzt für Februar eigentlich die neue Saison den regulären Preis habt, da nochmal zu sparen und die noch günstiger euch zu schnappen, und da könnt ihr jetzt sagen, okay, ich will den Best Life, Dream Big, Aloe Water, und Amazon Rain geht eh immer, dann will ich noch Autumn Heart, ist dieser leckere Apfel-Zimt-Duft, äh, was nehmen wir noch, Black Orange Marmalade oder Blackberry Sandalwood, aber da haben wir schon wer, und dann einfach Kombi-Angebot zum Warenkorb hinzufügen, und dann habt ihr das da eben drinnen, ihr könnt es dann noch ein weiteres Kombi-Angebot erstellen, also ich zeige es euch jetzt nochmal mit einer Wandsteckerlampe, ihr könnt auch dieses Angebot nehmen, genau, das kennen auch viele nicht, das machen wir mal, schnell, da könnt ihr eine Wandsteckerlampe und eine für den Tisch mit Unterteil, weil das ist ja auch für viele interessant, wenn ihr jetzt dann auch sagt, ihr wollt da jetzt gerade diese Glitzer, ihr will jetzt halt diese Glitzerlampe einmal, ähm, als Wandstecker und dann mit Unterteil, könnt ihr euch da einfach durchschauen, welche ihr mit Unterteil wollt, wollt, könnt mir jetzt auch die Hertz machen oder eben was anderes, falls euch was anderes irgendwie gefällt, also ihr seht, ihr habt da alle Mini-Duftlampen, wenn ihr dann sagt, okay, ich will die hier, nehme ich die damit dazu und dann könnt ihr eure sechs Bars hinzufügen, also da geht es genau das gleiche, dann haben wir hier eine Wandsteckerlampe mit drei Düften, genau, und da könnt ihr euch einfach sagen, okay, wir einfach nur diese Lampe und dann eben drei Düfte und dann könnt ihr euch da die Düfte einfach hinzufügen, welche ihr gerne haben wollt, jetzt schaue ich gerade mal, ich will mal Lemon Verbena, was frisches noch, Luna, was zartes und dann nimm mal noch, was nimm mal denn noch schönes, ah, den Chakka, den Chakka nimm mal noch, genau, dann kann man das einfach hinzufügen, genau, dann können wir da im Warenkorb mal schauen und da seht ihr jetzt hat das, gibt es da auch das Angebot, ah, das gibt es ja nur und nicht für die Zweier, Zweimal Sechser Angebot, da gilt das Angebot gar nicht, ich sehe jetzt aber hier seht ihr eben, ihr habt es da anstatt 49 Euro 44 Euro 10 und die Wandsteckerlampe kostet die aktuell sonst 28 Euro einzeln beziehungsweise die war aus der Valentinskollektion ja 35 Euro und da habt ihr noch keine Bars dabei und so könnt ihr die euch im, ähm, trotzdem hinzufügen, obwohl die ja normal für 35 Euro regulär ist, genau, also nur in diesem Dreierangebot, also in zwei Duftlampen und Sechserpack da nicht, wahrscheinlich weil ihr da eh schon 14 Euro spart, hier spart ihr 4,50 regulär und dann noch die 10% Rabatt obendrauf, das sind ja auch nochmal 5 Euro, ja, da spart ihr dann auch schon 9 oder 10 Euro fast, ja, genau, und dann könnt ihr ja gucken, wie das für euch besser passt eben, genau, so, jetzt haben wir die dann wieder draußen und wenn ihr alle Duftlampen mal anschauen wollt, dann geht sie hier unter elektrische Duftlampen und Wachs, alle elektrische Duftlampen und dann findet ihr und dann findet ihr alles von groß, klein, limitierte Sachen, da könnt ihr dann echt alle nochmal anschauen, genau, die Mini-Micky-Maus sind so süß, genau, und da findet ihr einfach alle Duftlampen nochmal und könnt alles einfach komplett auf einen Blick nochmal nachschauen, das ist vielleicht für viele auch ganz interessant, da sieht man dann erstmal, was es für Duftlampen alles gibt und ihr seht hier sind auch diese Disney-lizenzierte Sachen mit dabei und da findet ihr die tolle Polarlampe und hier steht halt einfach vorbestellen, genau, von der Lampe, also ich hoffe, das hilft euch weiter und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich euch gerne mal nochmal ein Video machen, wo ihr was findet, wenn ihr da gern was Bestimmtes noch wissen wollt, genau, nun, dann war es das, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, bleibt gesund und ja, schön, dass ihr immer wieder mit reinschaut und genau, wenn was ist, meldet sie euch jederzeit auf meiner Webseite sabineswohlfühldüfte.sensee.de könnt ihr gucken, Facebook, Instagram bin ich auch immer oder wenn ihr WhatsApp mal mit mir schreiben wollt, kein Problem, schreibt mir einfach mal oder schreibt mir einfach eine E-Mail unter sabineswohlfühldüfte.web.de und dann könnt ihr Kontakt mit mir aufnehmen, dann kann ich euch gerne meine Handynummer geben, da bleibt es ja auch immer auf dem Laufenden oder ich habe auch eine VIP-Gruppe für meine Kunden, es ist eigentlich nur eine Kundengruppe von mir, als jeder, der mal bestellt hat oder da noch nicht ist oder da mit reinkommen will, der kann sich gerne melden, dann schicke ich euch den Link und dann könnt ihr da auch mit reinkommen, da verpasst sie einfach nichts, keine Neuigkeiten, ab und zu auch persönliche Specials von mir, genau, rund um Sensi, meiner Liebe, meiner Leidenschaft hier, aber das wisst ihr ja, das ist so toll. Ja, und jetzt werde ich meine eigene Bestellung noch machen und ja, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Und jetzt werde ich